Ja, hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu einem weiteren Teil von Let's Play Europa Universalis 4 mit mir, dem Tante Günner, auch bekannt als Günter Schädower und zurück im schönen Thüringen, das immer größer wird. Wir haben uns mittlerweile bis nach Pommern durchgeschlagen, haben uns tief ins Innere des Reiches hineingefressen und jetzt hoffe ich mal, im letzten Part habe ich nämlich Würzburg, eine Provinz, geklaut und eigentlich dürften sie jetzt kein legaler Vassal mehr für mich sein, ich hoffe, dass das jetzt triggert und wenn nicht, dann muss ich sie wahrscheinlich dann doch händig entfernen und einen neuen Vassalen bestimmen, aber die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. Ach, da fällt mir ein, nein, ich habe es noch gar nicht geladen, glaube ich, das machen wir jetzt schnell. Ja, äh, ich mache ja viele Fails hier, ne, ihr wisst das ja. Ähm, was waren so die Super-Fails? Lüneburg habe ich vergessen zu annektieren einmal, dann habe ich hier bei Schlesien ganz übel gefehlt äh, und habe gedacht, ich könnte sie zu Vassalen machen und mir ist dann erst später aufgefallen, dass Böhmen sie dazu aufgefordert hat, das Bündnis mit mir zu beenden. Und das Krasse dabei ist dann einfach doch gewesen, im Moment, wir laden es noch schnell nochmal, und das Krasse ist dabei gewesen, dass mir das ja angezeigt wurde und ich habe den Anfang gelesen, habe es aber nicht zu Ende gelesen und dadurch ist mir diese Info entgangen und ja, das ist einfach nur ätzend. Schließt das an, so von der Fläche her ist unser Reich fast so groß wie Österreich, aber wir haben einfach viel, viel weniger Truppen, wir haben 82 Grundsteuer, es ist echt immens viel und mittlerweile sind wir auch dabei, die Autonomie zu verringern, wobei ich das jetzt hier vielleicht besser nicht mache, ist bei 6,9. Nein, Leipzig ist aber auch hochgegangen. Okay. Warum war das denn vorhin besser? Das war, vorhin war das mal anders, da hatte ich, hatte ich da, ne, da hatte ich keinen Mod drin. Nur 4 Jahre habe ich hier einen Vorteil, gut. Okay. Ja, ähm, die Rebellion in der Neumarkt, die haben wir im letzten Part niedergeschlagen. Das ist jetzt alles soweit in Ordnung. Schließt mal immer nach Leipzig, immer nach Sachsen. Gut, dann gucken wir mal. Frankreich verzichtet auf Ansprüche hinsichtlich Burgundy und tritt Kernprovinz Navarre an Kastilien ab. Österreich hat es tatsächlich geschafft. Die krassen Hunde. Ja, Schweden wird mal wieder unabhängig. Oder versucht es mal wieder. Das hat die ganz schön viele Reserven gekostet. Krass, aber Österreich hat noch 46 Regimentas. Das ist einfach noch sau viel. Österreich hat England als neuerer Wagen bestimmt. Okay, ne, ich kriege Würzburg nicht mehr als Rivalen raus. Aus irgendeinem Grund. Ich weiß nicht wieso. Dann möchte ich das jetzt gerne ändern. Und Pommern als Rivalen bestimmen. Ja. Das kostet mich 100 Diplomacht, aber das muss dann halt so sein. Dann kommst du mal zurück. Ich sollte einen Anspruch auf Breslau fingieren. Okay. Das machen wir gleich. Am besten auf... Wenn ich auf Hinterpommern einen Anspruch fingiere, kann es sein, dass Polen mich nicht mehr mag. Deswegen würde ich fast sagen, Vorder... Obwohl, ich kann auf Hinterpommern einen fingieren. Für den Krieg ist das ja relativ uninteressant. Nehmen wir Vorderpommern erstmal. So, dann schauen wir mal weiter. Ich kriege mal noch ein bisschen Gas. Ja, das ist irgendwie ein bisschen... Irgendwie ein bisschen komisch mit den Rivalen und so. Das hat mich jetzt ein bisschen überrascht. Oh, warte mal. Die sind noch gar nicht voll auf... Also gar nicht wieder voll aufgefüllt. Das geht natürlich nicht. Moment mal, haben wir jetzt einen Agenten entdeckt? Oder wurde unser Agent entdeckt? Ne, wir haben einen entdeckt, ne? Oder unser Agent wurde entdeckt? So, noch den Anspruch auf Breslau fingieren. Wo wollen wir uns die günstigeren Regiments kosten? Ja, und als nächstes kommt ja schon der Armee-Unterhaltsmodifikator von minus 10% ist doch fein. Hat noch Riga mit dazugenommen, okay. Ist auch schon ein bisschen weird, aber ich muss jetzt unbedingt hier einen Krieg führen, um Machtprojektion zu bekommen. Ich bin süchtig nach Machtprojektion. So, Pamanetz, schnall dich an und gib fein acht, was der Günner gleich so aus dir macht. Hat 546 Schulden, die sind so gut wie bankrott. Polen hat einen Waffenschildstand. Der Hansebund, der hat Schulden, krass. Und Kriegsmüdigkeit, okay. Aber Böhm und Riga müsste ich mittlerweile auch alleine packen. Krieg erklären. Ja. 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 Riga hat ein paar schöne Ansprüche da oben. Naja, okay, gut. Gucken wir mal. Okay, das ging schnell. Ne, warte, will man das noch nicht jetzt? Ja, wollen wir eine Grundsteuer in Rupin oder Rekrutenreserven? Ich wäre für die Rekrutenreserven. Das ist ja so der Event, warum man aufpassen muss bei den, ähm, bei den Marken. Ne, du gehst in die Oberlausitz, was soll denn das? Warum läuft der, der läuft da absichtlich so? 17. Juli. Terrain-Ebene. Kann ja nicht sein, dass sie das überleben, oder? Ja, wir haben so einen guten General dabei. Wow. Okay. Okay. Done. Das ist jetzt doof, dass ich jetzt im Krieg mit Böhmen bin. Weil ich ja eigentlich gerne Breslau an Schlesien abdrücken wollte. Nimm du mal ruhig den da mit. Obwohl, du läufst vielleicht noch einmal zurück. Das doofe ist, wenn ich jetzt meinen König einsetze. Lauf mal wieder dahin zurück. Das war gerade ein bisschen verpeilt, so ein Mist. Ich glaube der kann halt auch, wenn der bei einer Belagerung krepiert, verliere ich auch Stabilität. Das ist mir zu riskant, das will ich jetzt nicht ausprobieren. Ne, mach keinen Anführer draus. Wir nehmen noch zwei Söldner mit. Die will ich ganz gerne hier unten rein stellen. Ne, warte, nimm den, du wirst hier hin. Hm? Hm? Ja. 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 Ja, okay. Da oben sind nur die Platzhalter damit Pommmann hier keine Dummheiten veranstaltet. Köln, ich hab die schon lange nicht mehr beleidigt Oh, es hat gar nichts gebracht Und ich kann gegen Köln, kann ich auch wieder Krieg führen, das ist sehr gut Vor allen Dingen, weil die nur mit Frankfurt verbindet sind, das ist natürlich geil Okay, wir haben doch noch eine Waffenruhe mit denen, stimmt, hätte ich auch eigentlich sehen können 1501, ach ja Okay, unser Agent wurde entdeckt, hervorragend Wenn ich was gebrauchen kann, ist es mehr aggressive Expansion Das ist krass, wir machen jetzt schon ganz gut Geld Obwohl wir halt so eine große Armee haben Also für unsere Verhältnisse eine große Armee Nur in Würzburg geht es momentan so ein bisschen drunter und drüber, okay Ja, ich möchte ganz gerne noch in Sachsen, Potsdam und Leipzig so eine Rüstungskammer bauen Ja, eine Mark würde sich unter Umständen auch noch lohnen Die Frage ist nur, ich bin mir nicht Und gerade nicht ganz so sicher, wie stabil unsere Grenzen hier so sind Also mit Aachen komme ich ja ganz gut klar Eigentlich Würde sich Würzburg für eine Mark schon anbieten Sehr gut, so definitiv ist rausgeschmissenes Geld Der Tempel auch Wir lassen es mal gerade bei den drei Rüstkammern Ich meine, wir haben uns ja schon einige Rüstkammern erobert Das ist ja auch ganz gut Wir haben den Stress damit nicht, sondern wir können zugucken Wie die anderen für uns die Rüstkammern erobern Äh, bauen und dann können wir sie einfach erobern Schön Ich brauche da oben natürlich noch eine Kanone irgendwann Aber wir können jetzt schon mal mit dem Belagern beginnen Weil sonst dauert das so lange Aber ich habe ja nichts hier, wo ich, äh, blockieren kann Wow Krass, die haben Echt Witzig, die haben den Hansebund dazu gezwungen Sachsen-Lauenburg freizulassen Aha Werdet Kaiser Ich starke sie in Sachsen-Lauenburg Was brauche ich denn noch, um Deutschland zu gründen Mecklenburg Braunschweig und Nürnberg Okay Ja Wenn ich, äh, Deutschland werde Wird dann meine aggressive Expansion zurückgesetzt Das wäre mal interessant zu wissen Dann könnte man vorher nämlich noch ein bisschen Unfug damit treiben Naja, gucken wir mal So Ähm, ich glaube, dann können wir gleich schon Böhmen erniedrigen Dafür kriegen wir, aber Doch, dafür kriegen wir volle Punkte Ja Da kommt was bei rum Schweden wie Militärzugang Okay, du bist im Krieg mit Dänemark, finde ich gut Weil das ist ja so Der Gegner Für Meinen Für meinen Oder Das war ja der Gegner Für meinen heiß geliebten Hansebund Fand ich nicht so schön Ich will vor Pommern nicht Ich will auch Pommern erst mal demütigen Komm, du hast eine Belagerungsskill Du gehst mal hier oben hin Da sind die Mauern durchbrochen Okay, dann geh hier hin Weil wenn die Mauern durchbrochen sind Kriegen wir halt einen krassen Bonus auf den Belagerungsfortschritt Anton Fischer Was für ein toller Name Halt, stopp Ach, da ist einer drin Ach, und du hast Ach, ich bin der Ach, ich bin der Verpeilogünner in dem Let's Play hier Das ist so schlimm Verbessern die Beziehungen mit Schlesien Verbessern die Beziehungen mit Österreich Ich meine, Riga spielt hier offenbar keine Rolle In diesem Krieg Deswegen würde ich sagen Greifen wir die gleich mal an Oder müssen wir das? Ich weiß es noch nicht Sachsen-Laurenburg Weil du mit Dänemark verbindet bist Und Schweden versucht gerade wieder Einen Unabhängigkeitskrieg Nö, lass mal So, damit können wir jetzt Einen Frieden mit Böhmen aushandeln Ja, komm du mal wieder zurück So, ich kriege dein Geld Erniedrige dich Und bekomme Kriegsreparationen Oh, echt? No Das ist schade Dann nehme ich dich So, senken wir einmal die Inflation Ähm Verbess- Ja, du ver- Da bohrt jemand gerade Aus heiterem Himmel Irgendwo bei mir Direkt unterm Zimmer Okay Ich mach mal kurz Pause So, ich bin wieder da Beziehungsweise Der Bohrer unten Macht gerade offenbar eine Pause Hat sich also nichts geändert Wir machen weiter Und holen uns vielleicht noch Gerade Ah ne, Zugang haben wir ja schon Das müsste ja dann eigentlich schon gehen Ja, ich weiß nicht Reichen die Die 14 Regimenter Müssen doch eigentlich reichen Oder Ja, nochmal Richtung Ostpreußen So, dann müssten wir auch gleich wieder auf 100 Machtprojektionen kommen Dann haben wir das auch wieder geschafft Das wäre auf jeden Fall ein Vorteil Kommen wir mal wieder zurück So, haben wir mal bitte Militärzugang bei Litauen Riesenverschwendung Aber Nach wieder Okay Oh, armes Ungarn Äh Wallachische Rebellen Gib mir mal Zugang Ich guck, dass ich dir gleich mal helfe Da hauen sie schon ab Klasse So, hier werden wir jetzt Beziehungen verbessern Weil mit denen Cool, wir kriegen nochmal zusätzliches diplomatisches Geschick Äh Weil mit der Oberpfalz Beziehungsweise mit Würzburg Werde ich jetzt so schnell nichts mehr zu tun haben Dann gib du mir auch mal Zugang So, dann Schauen wir mal Kriege ich dich platt Ich krieg dich doch bestimmt platt, oder? Ich will bald meine Botschaft haben So, dann wäre Vorpommern gefallen Das ist gut Äh, achso Ne, warte Du kannst den Unseren King Den kannst du da noch drin lassen Ja, der Verschleiß oben in Riga Der ist ein bisschen doof Okay, weißt du was? Lauf nach Würzburg Warum willst du Zugang haben? Weil du Trier angreifst, okay Och ne, die fangen jetzt schon wieder an zu bohren Aber die können nicht bohren Irgendwie die Bohren die ganze Zeit an der gleichen Stelle Naja Friedensangebot aus Pommern kommt noch nicht in Frage Wirklich Ähm Können wir von Riga was Tolles fordern? Ich könnte Kriegsreparationen fordern Ja, kurzer Cut Ja, rot Dann Stop Jean Das ist